Also das ist schon bei mir immer brutalst. Wie gut, dass ich da immer vorbereitet bin, themenmäßig. Naja, hilft ja nicht. Irgendwann kriege ich meine Themen schon mal wieder zum Laufen. Ihr könnt mir ja immer wieder mal Themen schicken, immer raus damit. Immer wenn ihr euch was auf der Schäne brandt, könnt ihr da mal einen raushauen und mir einen geben, ein Thema. Ich spreche es immer so gerne an. Ich kommuniziere ja so gerne mit euch. Über, ja, alle mögliche einfach. So, und, was ist es? Anesid. Anesid ist es. Okay. Das gräulichere ist Anesid. Kann man sicherlich anbieten. Auch in polierter Form. Ich verarbeite ja hier nur polierte Steine. Hab ich zumindestens vor. Jetzt sieht es zumindestens schon mal ein bisschen anders aus als schnöde normale. So. Okay, das letzte Räumchen wird abgesteckt. Juhu. Ach komm, ich komm nicht wirklich... Ich seh es jetzt schon wieder kommen. Dass ich an jeder Ecke hier was abtragen muss. Gut, die eine Ecke ist ja schon fast abgetragen. So, hier kommen zwei. Hallo Pferd. Geh mal auf die Seite. Ich muss hier bauen. Eins, zwei, drei. Drei. Na. Komm. Vier. Kürbisse baue ich auch noch mit ein. So, zwei. Hier nochmal zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei. Na komm. Man trifft den Boden. So. Über Eck. Na. Na. Eins. Zwo. Drei. Vier. Och nö. Ich muss hier auch noch abtragen. Aha. Und dann mache ich natürlich den verkehrten Block weg. So. Der muss noch weg. Machen wir hier vier. Perfekt. Dann tragen wir mal ab. Ein bisschen zumindest. So. Ei, ei, ei. Also, dass es so groß wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn ich das mache. Aber jetzt muss ich es fast durchziehen. Und jetzt habe ich auch schon angefangen mit der Kacke. So. Zwei. Achso, außen könnte ich auch noch schaufeln. Den brauche ich. So. Hier würden die sieben kommen. Also, die machen wir auch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also, bis hier hin und nicht weiter. Glaube ich zumindest. Kann ich ja nochmal nachzählen. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Perfekt. Haha. Ich habe mich nicht verzählt. Das ist schön. Wenn ich das nicht tue. Ei, ei, ei. So, was muss ich denn noch alles abtragen hier. Ist halt scheiße, wenn man hier immer im Loch steht. Mann, und die Mucke ist wieder zum Einschlafen. So, hier kommen wieder zwei rein. Ach, nee. Jetzt muss ich da auch noch vom Loch ein bisschen was zumachen. Das ist ja blöd. Jetzt, zumindest weiß ich schon mal, wo ein bisschen Koppel hingeht. Also, in dieses Loch. Das ist ja schon mal schön. Also, dass ich schon mal einen Verwendungszweck für Kobblestone habe, ist auch selten. So, eins. Shit. Ja. Nimm Erde her. Na, wo ist der Koppel? So. Natürlich nicht fallen. So, das war der dritte. Das ist der vierte. So. Zwei hier rüber. Na, komm. E, e, e. Nochmal zwei. Jetzt kommen die sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Perfekt. Da zwei. Hier auch nochmal zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann haben wir das auch abgesteckt. Ei, 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 ei. Schlimm. Die Kuh habe ich mal in ihr Verderben geschickt, die da unten. Aha, die kommt hier nicht mehr hoch. Das kann sie vergessen, diese Kuh. Mann, und den Hügel muss ich auch noch ein Stück abtragen. Dass in jeder Seite, egal wo ich hingebaut habe jetzt, immer irgendwas im Weg stand, das ich irgendwie abtragen muss. Das ist natürlich nicht so fein, aber die Räume werden auch größer als das Haupthaus. Das ist ja auch cool. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Was das jetzt so groß wird. Aber, naja, hilft ja nicht. Also lieber baue mal groß, dann haben wir, ja, Spielraum für innendekorative Ereignisse. Und meine Schaufeln sind schon wieder im Popöchen. Weil ich mit so viel Aufwand nicht gerechnet habe. Deswegen muss ich mir nochmal eine machen. Es hilft nicht. Ich bin echt übertrieben. Beim Bauen. Also, das muss man mir einfach mal zugestehen. Komm, drei Schaufeln reichen jetzt. Zack. Wenn ich jetzt noch mehr braue, dann zweifle ich an mir selber. Ohne Witz. Dann zweifle ich wirklich an mir. Huch, ich könnte die Tür auch schließen. Wer sie öffnen kann, kann sie auch schließen. Ich bin ja keine U-Bahn-Geburt. Also, hm. Deswegen machen wir das Ding hier zu. Vorsicht, Türen schließen automatisch. Nö, bei mir leider noch nicht. Da muss ich auch noch Druckplatten irgendwann anbauen. Das ist ja das kleinere Übel. Dann haben wir da zumindest Ruhe. So, hier natürlich die ganze Erde noch wegmachen. Was uns hindern kann, dann im späteren Bauverlauf. Ei, ei, ei. Das ist natürlich auch irgendwo erforderlich. Ei, ei, ei. Das seltene Konstrukt machen wir hier weg. Das hat ja schon irgendwo Kultstatus genossen, finde ich. Weil es mal so anders ausgesehen hat. Und wir müssen es jetzt wegmachen. Ei, ei, ei. Aber fast komplett. Das ist so schade drum, aber es hilft nicht. Für ein schönes Gebäude muss nicht nur ich leiden, sondern auch das Gebiet. Zumindest mein Gebiet. Und Minecraft darf man ja. Es ist ja das Gute. Und ich baue dann noch einen Keller. Ich bin so wahnsinnig. Also das ist wirklich Rohstoffbeschaffung en masse. Was, was ich da mache. Oh, wieso habe ich da noch einen Erdblock stehen? Ne, ne, ne. Uh. Das kann wohl nicht sein. So, alles einsammeln. So. Hier natürlich auch nochmal. Alter. Alles wegmachen. Da ist die Stimme kurz weg gewesen. Aber jetzt ist sie wieder da. Alter. So mitten im Satz bricht auf einmal die Stimme weg. Das ist total assi. Was ist denn heute los? Ich könnte so viel saufen. Ich könnte ertrinken halb. So viel müsste ich heute saufen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Die Stimme will nicht besser werden. Naja. Habe ich vielleicht heute den ganzen Tag über in der Arbeit wieder zu wenig getrunken. Das kann natürlich auch immer gut und gerne sein. Dass man das vergisst, wenn man so in Arbeitseifer ist. Dann vergisst man sowas gerne mal. So. Wie schnell mit meinem Schwertchen zur Hand. Es ist ja schon wieder dunkel geworden. Und da muss man ein bisschen, ja, der Sicherheit nachgehen. Huch. Während den Umsätzen hier um die Kurve kommen. Ist nicht so leicht. Ne. Weil man die Maus einfach nicht in der Hand hat. So. Noch kurzen Abendessen. Solange ich hier ins Bett gehen will. Das ist ja was Feines. Das dem Magen voll gewanzt mit Essen. Und das kurz vorm Schlafen gehen. Dann schläft man immer so tierisch schlecht. Sollte man eigentlich nicht. Mach ich aber auch des öfteren in Gottes Namen. Meistens kommt der Hunger immer dann, wenn man ins Bett gehen will. Und dann steht man natürlich da. Dann muss man, ne. Da muss man was essen. Jetzt mach ich den Scheiß hier noch weg. Jetzt ist mir die Spitzhacke hier flöten gegangen. Äh. Ich will schon die richtige kaputt machen. Danke. Hier ist noch eine. Ich muss ja den ganzen Inventarplatz auch wieder frei bekommen. Was tue ich denn mit diesem Inventarplatz, wenn er hier schon wieder belegt ist. So. Fupp. Und dann kommt hier in die Mitte. Wie klischeehaft. Der Tunnel. Na komm. Da komm ich nicht mehr runter. So. Auf der anderen Seite auch. Dann brauche ich vielleicht die Spitzhacke noch auf. Das wäre schön. Dann werde ich zumindest fort. Ich werde also wirklich mit einer Leiter arbeiten. Weil ich das sonst blöd finde. So. Jetzt kann ich mir Leitern machen. Und es ist exorbitant viele. Damit ich da eine Zeit rumkomme. Und natürlich überall auf Tiefe. Also erstmal ausleeren wäre vielleicht nicht verkehrt. Alter. Wie viel Erde ich hier schon wieder herinnen habe. Ich glaube. Ich glaube. Ich muss nochmal eine Doppelkiste machen. Wo ich dann den ganzen Koppel reinpacke. Weil ich den auch schon wieder auf die Koppelkiste. Weil ich den auch schon wieder auf die Koppelkiste. So. Das wird meine Koppelkiste. Und ich packe erstmal Erde rein. So. Erde. Nein. Erde. So. Hier den ganzen Koppel wieder raus. Irgendwann brauchen wir die Erde schon mal wieder. Ich kenne mich doch. So. Kies kommt hier rein. Da hat man noch ein bisschen was von. Alter. Erschreckt mich die Musik nochmal so. So. Ach nee. Hatte ich gar keine. Hier. Hier. Nö. Auch nicht. Ja. Gut. Dann halt nicht. Granit. Anisid. Äh. Gras sammeln. Äh. Hier einfach rein. Scheiß drauf. Schaufeln haben wir noch. Spitzhacken haben wir auch noch. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Schäufelchen. Äh. Leiterchen. Dann machen wir uns ein paar Leiterchen. Dann können wir auch runter. So. Machen wir erstmal ein paar Holzblöcke. Danke. So. Fupp. Wie viele Leitern kriegen wir da raus? Drei pro Ding. Boah. Das war aber jetzt nicht viel. So. Nochmal drei pro Ding. 54. Ach. Die dürfen reichen. Nochmal locker leicht. Da können wir eine ziemliche Tiefe ansetzen. Und so tief will ich eigentlich gar nicht. Aber schon ein gutes Stück. Damit es sich auch lohnt. Eins. Zwo. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Zehn. Zehn hört sich gut an. So machen wir das. Gehe jetzt die Leiter da nicht hin. Also zehn Stücken. So. So. Zehn Stück. So. Jetzt die andere Seite. Man will ja gut vorbereitet sein. Und dann muss ich das natürlich alle treffen. So. Hier bin ich schon. Eins. Zwo. Drei drunten. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So. Jetzt natürlich schon mal ein bisschen den Gang verfeinern. So. Und dann kommt die Leiter schon mal hin. Und dann mache ich mir schnell einen Mittelgang. Den ich dann mit der letzten Reihe dann auch noch treffen kann. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Das ist natürlich. Oder mitten mit dem anderen Mittelgang. So. Eine Fackel zwischendurch muss schon sein. Sonst sehen wir hier mittendrin nichts. Eisen sehen wir auch schon wieder ein guter Rohstoff. Hier kommt Kies von der Decke. Können wir auch irgendwann mal gebrauchen. Irgendwann mal. Ich bin nicht noch mal. Ich bin noch mal. Aber. Vielen Dank.